Das Callcenter BUW sucht Arbeitskräfte und greift dazu zu ungewöhnlichen Mitteln. Mit einem eigens ausgebauten Bus warbt das Unternehmen in dieser Woche um Mitarbeiter im Raum Wismar, wie hier in Wendorf auf dem Marktkaufgelände oder auch auf dem Parkplatz am Weidendamm. Höhepunkt war am Dienstag und Mittwoch die Werbeaktion auf dem Marktplatz der Hansestadt. Die Direktansprache per Buseinsatz kam dabei gut an. Ja, es läuft hervorragend. Wir sind seit gestern unterwegs, haben viele, viele Kontakte schon knüpfen können mit Bewerbern und Interessenten. Und ich denke, dass wir da sehr erfolgreich sein werden in dieser Woche, B&W auch entsprechend in der Öffentlichkeit vorzustellen. Vor dem Bus übergab Standortleiter Markus Alpers auch eine Spende, über 1500 Euro von BUW an den Verein Licht am Horizont, den das Unternehmen regelmäßig unterstützt, seitdem es in Wismar ansässig ist. Wir haben im vergangenen Jahr 44 Veranstaltungen gemacht mit 1442 Kindern. Im Moment kann ich noch nicht genau sagen, wo ich jetzt die 1500 einsetzen werde, denn sie wissen ja, wir arbeiten über das ganze Jahr. Aber ich kann jetzt schon sagen, wir werden auf alle Fälle nochmal das meereskundliche Museum in Stralsund besuchen und dafür können wir es dann auch schon einsetzen. 50 Stellen sind zurzeit offen bei BUW Wismar. Mit einem Flashmob machten die BUWler gut gelaunt auf sich aufmerksam. Um in die Betriebsfamilie zu passen, schadet es nicht, ein bisschen verrückt zu sein. Das ist ein ganz toller Arbeitgeber, super Arbeitsklima, tolle Kollegen, tolle Chefs und bekloppt. So soll es sein. Hinzu kommen die Vorzüge, die BUW als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber seinen Angestellten bietet. Denn nur zufriedene Mitarbeiter sichern auch die Kundenzufriedenheit. Wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe von Angeboten für unsere Mitarbeiter, die sich sehr stark rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement bewegen. Zum Beispiel Massagen, die wir im Unternehmen anbieten. Genauso aber auch besonders hervorzuheben, dass wir eine innerbetriebliche Kinderbetreuung haben. Und auf die Art und Weise unseren Mitarbeitern dann natürlich das entspannte und treibungsfreie Arbeiten ermöglichen. Wer den Bus verpasst hat, kann auch so bei BUW anfragen. Das ständig wachsende Unternehmen ist für seinen Standort in Wismar stets auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern.